Der deutsche Premium-Fahrradhersteller Riese & Müller verstärkt seine Präsenz in Österreich. Wir freuen uns sehr, dass wir heute abends den ersten Erlebnis-Store in Österreich eröffnen dürfen. Und zwar in Kooperation mit der Kooperative. Ein Händler der ersten Stunde, mit dem wir ja schon seit fast 20 Jahren gut zusammenarbeiten. Und ich freue mich, dass wir unser Engagement mit diesem Erlebnis-Store in den nächsten Jahren sicherlich noch ausbauen werden. Riese & Müller setzt auf E-Bikes und Falträder mit höchster Verarbeitungsqualität, Top-Komponenten, praktischen Features und außergewöhnlichem Design. Riese & Müller ist zurzeit einer der innovativsten Hersteller, die im Fahrradbereich tätig sind, speziell für Alltagsmobilität und Elektrofahrräder. Wir sind langjähriger Partner von Riese & Müller und haben ein großes Sortiment, das wir jetzt auf dem neuen Erlebnis-Store Flächen angemessen und in ganzer Breite präsentieren können. Von Falträdern bis zu schnellen Pedelecs ist alles da zum Anschauen und Erleben. Anlässlich der Erlebnis-Store-Eröffnung mit Heiko Müller, der das Unternehmen 1993 mit Markus Riese gegründet hatte, berichtet Müller auch über die Hintergründe zur weitgehenden Umstellung der Produktpalette auf E-Bikes. Unsere Vision war, dass ein E-Bike ein Mobilitätsbaustein sein könnte, mit dem man eben Dinge machen kann, die man sonst vielleicht nur mit dem Auto gemacht hat. Man kann ganz andere Strecken fahren, man kann ohne zu schwitzen auf der Arbeit ankommen, man kann Radtouren fahren, die man vielleicht mit dem normalen Rad zu nicht machen konnte. Und was uns besonders fasziniert hat als Leute, die immer auch sportlich Rad gefahren sind, waren eben E-Bikes, die bis zu relativ hohen Geschwindigkeiten gefahren werden können, also konkret bis zu 45 Stundenkilometer. Ob Bosch Center Motor, stufenlose oder vollautomatische Getriebe, clevere Detaillösungen, Lastenfahrräder, Kompaktmodelle, 45 kmh E-Bikes oder Falträder, mit Riese und Müller Produkten hat die Zukunft der Mobilität bereits begonnen und kann im neuen Riese und Müller Erlebnis-Store bei Kooperative Fahrrad in Wien besichtigt und getestet werden. Und weil Innovation ein zentrales Anliegen ist, verspricht Heiko Müller, Ich gehe davon aus, das E-Bike von heute ist das Auto von 1920, das heißt eine große Entwicklung steht uns noch bevor und wir als Firma Riese und Müller freuen uns drauf, diese Entwicklung mit entsprechend fortschrittlichen Produkten mitzugestalten und mitzubegleiten und haben da sicherlich in den nächsten Jahren noch spannende Konzepte, die wir aus dem Hut zaubern werden. Modernste Fahrradmobilität, ab sofort die neuen Riese und Müller Erlebnis-Store bei Kooperative Fahrrad in Wien.